Ja, hi und willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Soponia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir Deris Karnan betreten, was ganz schön lange Wege er hat und ja, erkunden, dafür bleibt keine Zeit. Wir wurden von unseren Freunden getrennt, mal wieder, und da hinten steht schon jemand Bekanntes. Und ja, B.S. kommt zum Kampf gegen Colette. Das wäre ja richtig blöd, das werde ich da nicht machen, hallo. Ich glaube, ich bin Colette. Äh, Schneehase, Aquacave. Gibt es noch irgendwas Besseres vielleicht, weil das ist langsam auch nicht so gut, was ich das Gefühl. Wat? Wat? Ja, nehme mich mal für diesen Kampf. Falls ein Kampf kommt, ich werde nicht gegen Colette kämpfen, hallo. Was ist das, was ich? Ich bin Colette auf. Was ist Colette? Es ist ein Klater. Ich bin Colette. Ich bin Colette. Ich bin Colette. Ich bin Colette, ich bin Colette. Oh, Erinnerung. Oh, Erinnerung. Oh, Erinnerung. Oh, Erinnerung. What's going on? Mythos? Yuan? Father? Lloyd? This is the memory of Mythos. Don't be afraid. Why are you in trouble? What are you and me? What's wrong? I wanted to help my world. I can't help anyone. I can't help anyone. What's this? Lloyd? Yes. I'm fine. I'm going to help you. Thank you. I believe that Lloyd will come. I believe that you'll be able to help you. I've promised you. I'll come to the next one. I'll come to the next one. I'm sure you'll be able to help you. I don't think you'll be able to get the miracle. I hope you'll be able to grow your own power. You know, I hope it's OK. I could have missed, but this is not okay. I can't even touch my mind when you're getting trapped before the mind. You don't need to hang out well before the mind. I haven't felt lost if you can. I'll tell you, Jire. You don't need to be able to bear with your head like me. You can't take my head like me. Hey, you don't need to be able to beat it. So... das ist mich ja wieder frage und ich habe mich auf frage es gibt ja viele optionale szenen mit collett und das sind zwei riesige schwerter und in heimdall zum beispiel ist hier mit kette war auch irgendwie optional und irgendwie können auch andere charaktere vorkommen okay ich habe diese szenen jetzt auch irgendwie optional ob da irgendjemand anders von mythos hätte kontrolliert werden können und ja weil sie mich es hat jetzt wieder optional gewesen aber immer kollekt keine ahnung welche herausfinden dieses will geier nichts zerbrochen aber es fühlt sich so kalt an auf geht's müssen mit was aufhalten das war nur meine freunde unsere freunde meine ich natürlich wieder finden und dann können wir mal hier dieses gebiet verlassen diesen speichern weil damit ich mir ziemlich sicher dass wir bald sehr kurz vorm letzten kampf sind sonst ja in der stadt befinden sucht man immer was das okay wie nimpo kagemane no yutsu kampf 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 Das ist nicht so, was ich? Wir gehen! Was ist das? Was ist das? Wir gehen! Was ist das Monster? Was ist das? Ich werde mich nicht mehr überrascht. Zeros, das ist nicht so schön. Das ist ja so. Warum ist Kuchnawa? Das ist ein Geheimnis? Die beiden sind hier in diesem Ort? Das ist ein Geheimnis. Sie sind nur im Moment. Ich kann nicht sehen, was die Wahrheit ist. Wenn ich in der Stadt Mizuho wohne, kann ich nicht sehen, wie ein Geheimnis, oder wie ein Geheimnis? Das ist doch nicht möglich. Das ist aber auch nicht so. Oh, das ist so. Aber ich bin so. 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 Wenn ich mich nicht mehr so... dann wird das ganze Zeit. Das ist die Mizuho. Ich bin so! Ich bin so! Ich bin so. Nichts, was ich nicht. Ich habe mich, die Enkel und die Schnellen zu verbreiten, die Abwechslung zu verabschieden. Die Abwechslung und die Abwechslung zu verabschieden, habe ich mich, dass sie die Abwechslung zu verabschieden, und die Abwechslung zu verabschieden. Ich bin mein Geheimnis, das Kind. Gehen, wenn man kann, dann gehen. Ich werde das Auto schützen, dass man ein Leben verletzt hat. Ich werde das Auto schützt, aber man kann es mir nicht verletzen. Das ist das Auto. Ich werde das Auto schützen, aber das Auto schützt. Ich werde es dir helfen. Ich werde das Auto schützen. Ich werde es nicht verletzen, dass ich mich verletzen. Und bei den Krusus, ich bergüriere. Was macht der denn jetzt noch ihr? Hätte ich auch wegregen können, würde mich nämlich gar nicht bewegen. Mirai... Ich werde mir helfen. Wir helfen uns, und die Leute zu retten. Und dann wird alles endet. Mithos wird mir die Stadt von Mizuhi gebeten. Die Macht und ihre Macht, die Macht und ihre Macht... Ich werde mir alles gebeten. Ceres, die Macht von Mithos? Ja, das ist mein Herz für mich, wie der Herr Schmerz. Du kannst mir das, was er. Wenn man das, wird es ein Wert für dich, was du. Wenn du das, dich für mich lieben, dann will ich mich. Dann wird der Herr Schmerz nicht mehr verletzen. Ich bin der Mizuho. Ich bin der Mizuho. Ich bin der Cereson und der Miko. Wir sind zwei. Ich bin der Miko. Ich bin der Beste. Hey, hey, hey. Der Beste ist nur der Beste. Der Beste? Sie haben das Beste zu verletzten? Der Beste ist der Beste. Ich bin der Beste. Ah, ich bin der Miko. Ich bin der Miko. Ich bin der Miko. Ich bin der Miko. Ich bin nur noch einig, was ich. Ich bin auch einig. Ich bin auch einig. Ich bin auch einig. Aber... Aber... Ich bin nur zwei. Aber ich bin auch einig. Ich kann mich nicht daran sein, was ich machen. Es ist schwierig, aber... Ich bin nicht vergessen. Ich bin nur zwei, die ich hier bin. Ich bin nur einig. Ibt nur das, Ich verehrter der Leicht wurden. Der藏, Ausflug zu dessen? Der Leicht ist kein Leicht.. Der Leicht nur dieses Leicht. Prennlos! Wenn ich hieractive war, ja sagst, bleibt das Schluss. Wenn ich das nicht kein Leicht werde, dann hätte ich auf das Leicht. Schnell dich! Ich bin der wichtigsten Wun Tenmi. Das war's für mich. Es ist ein ganz schönes Wettbewerb. Kannst du mich überlegen? Ich weiß, dass du mein Wettbewerb wirst. Das ist gar nicht so, dass du mein Wettbewerb wirst. Ich glaube, dass du mein Wettbewerb wirst. Nur noch einmal ist der Besuch, Gerwig. Der Besuch schon ist der Nache genüggete, der Zerosstam, auch da und auch der Zerosstam! Das ist der Besuch. Vielleicht kann ich auch wieder gehen! Beautiful, Mizzuh. Dass ich mich nicht so Blue. Das ist das, was wir im Land zu verabschieden. Wir sind auch die Mizuhu-Mizuhu-Mizuhu. Das ist das, was wir verabschieden. Das ist das, was wir verabschieden. Der Geist wird, der Geist wird, oder der Geist wird... Das ist ... Ah, sehr gut. Endlich aus dem Ginyu zu befreit. Wo ist Colette eigentlich? Was ist das, was man, wenn man ein Geist hat? Man kann sich die Zeit wegnehmen. Man ist... ... schuldig. Was ist das? ok spinnskulptur weiter das muss auch noch irgendwo sein prüfen ja immer hier und ist bei jedem so eine lange zähne es muss aber in diesem haus drin sein oder ich gehe wieder vollkommen sonst tun die schon geöffnet habe und kletzt wieder dabei sehr gut das immer noch die mensch bier man lernen das verdammt erster schock da habe ich nicht gelacht ok es sind keine einzigen wieder irgendwas ist ja immer noch verbraucher programmierplatz dann wir haben letzten mal ich muss noch jetzt meine ganze truppe hier zusammen raufen und dann werden wir ja wohl irgendwann wieder zurückkommen können der prophezei und so soll es geschehen naja ich bin jetzt wieder jeder einzelne tür durchgang und es war nichts ich erinnere es war ja nichts mehr und jetzt ist hier immer nichts mehr was ist das eigentlich ich hoffe jetzt kommt jetzt nicht noch mal irgendwo sind 40 lange szene langsam durch doch gern schnitt machen jetzt möchte ich auch noch nicht mitmachen und da sind das herr und so ihr bekommt wahrscheinlich auch wieder einen emotionalen moment jetzt ich opard ich 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 Könntest du nicht wieder in Kamiami einsetzen, Riegel? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist nicht so gut. Geh weg! Geh weg! Prusaya! Wir sind hier im Bereich vom Mythos. Wir sind kurz vor dem letzten Kampf, Leute. Seid euch zusammen. Ihr könnt euch glauben. Danke. Du... Geh weg! Geh weg! Geh weg, Prusaya! Das ist nicht so schlimm, Prusaya. Das ist nicht so schlimm, Prusaya. Prusaya. Das ist das. Wenn ich mich verletzt habe, dann bin ich. Ich bin bereit. Wir sind alle zwei! Geh weg! Was ist denn da, ne? Aber... Nein! Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich fühle mich, meine Mutter. Was ist denn? Was ist denn das? Was ist denn? Wir sind alle zwei. Wir sind alle zusammen. Das ist nicht so schlimm. Ich bin bereit. Ah, der ist unsichtbar, ne? Na ja. Du bist nicht ein geheimnisvoller? Warum sollst du dich umdrehen? Du hast die Frau zu mir, den sie mich zu verletzen hat? Das ist halt... Die Lea, warum sollst du nicht auch so verletzen? Du siehst du, dass du mir so verletzt hast, Was? Bis zum nächsten Mal. Ich bin so schlimm. Ich bin so schlimm. Aber ich bin schon zuhause. Wie soll ich diese Gedanken machen? Ich bin sicher, Alicia ist tot. Aber ich wollte nicht so, dass ich diese Schöne nicht wünsche. Ich bin nur ein Schöneid. Du bist ein Schöneid. Und diese Alessia... Sie haben solche Dinge gesagt. Ich... zu sterben? Du... zu schrauben! Du... zu schrauben! Du... zu schrauben! Achtung! Ich kann mich nicht verraten. Ich habe einen Gebeten. Ansonsten, die wir auch daran machen. Ich habe einen Anlauf vor. Ich habe einen Anlauf vor. Ich kann mich nicht verraten. Ich bin der Ruhige. Ich bin jetzt nicht verraten. Aber dann sind wir, wenn ich. Ich bin genau. Ich kann mich nicht so haben. Was ist das? Ein Knife? Ich habe eine Karte. Das ist ein Zeichen von zwei Jahren. Ob es irgendetwas ist, ich glaube, dass es so ist. Ja. Ich habe mich nicht wieder zu beurteilen. Durch die Vergangenheit, okay. Aber jetzt eigentlich nur noch Genis und Rain. Schon bei der Geburt ist das Leben mit Sünde belastet. Werd ihr euch eure Sünde stellen? Ich will noch jetzt am Ende des Parks gucken, was das ist. Wenn ich damit in der Story weiterkommen, dann mache ich einfach einen Schnitt und werde einfach den Part wenden und dann sehen wir uns wieder vorm Speicher. Ich habe sowas gehört, ist ein optionaler Boss. Also versuchen wir mal. Der Verurteilte. 20.000? 20.000? Brave. Hm. Okay. Ich würde sagen, aber wir was sonst von dem fertig machen vielleicht? Oder? Ich beende einfach den Part hier. Und wir sehen uns dann vom Speicherpunkt wieder. Weil gegen den kämpfen möchte ich jetzt noch nicht. Weil ich den Part gerade wenden will und Colette ist gerade in eine sehr merkwürdige Pose. Ja, okay. Wir suchen in der nächsten Folge Genis und Rain. Und dann versuchen wir vielleicht mal das Trich. Aber bis dahin sage ich erstmal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Also, jetzt request Daiichi B notch mit mir香�. Ich bin aber auf den taben,